Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde und vielleicht auch liebe Serien-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist der fünfte Teil vom Daily Talk der Serie über Weihnachten und Neujahr. Falls sich das der ein oder andere gefragt haben sollte, wo denn die Daily News geblieben sind in den letzten Wochen, das habe ich gerade noch auf Facebook beantwortet. In der Tat habe ich ja gesagt, über Weihnachten, Mensch, so Gaming News und so, hatte ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf, beziehungsweise hat sich das Thema News-Technisch auch so ein bisschen dünn angefühlt. Ja, also die meisten Neuigkeiten gab es ja dann wirklich so eher im November direkt zu berichten für die großen Weihnachtstitel. Und jetzt fand ich, war das einfach mal für die Feiertage oder für jetzt so diese Kombination Silvester-Neujahr irgendwie eine schöne Alternative zu den Daily News, einfach eine Runde mit euch zu labern. Heute vermutlich das letzte Mal oder vielleicht das vorletzte Mal in der Weihnachtsdeko mit Weihnachtskranz, denn, naja, die Feiertage sind rum, der Weihnachtsbaum landet so langsam draußen. Da hatte ich euch auch schon mal die Frage gestellt, wann geht der Weihnachtsbaum raus? Ist das richtig am 6. Januar oder kann ich den gleich schon über den Balkon werfen? Man weiß es nicht so genau. Sei es drum, heute mal bei Tageslicht und nicht bei später Nacht und es geht um Serien. Das hatte ich mir eigentlich immer schon mal vorgenommen und immer wieder tauchte das Thema Serien auch mal in euren Fragen auf. Und ich habe mich da ein bisschen schwer mitgetan, so eine Folge zu drehen, da ich in der Tat so viele Serien geguckt habe, dass ich gar nicht gewusst hätte, welche soll ich jetzt unbedingt empfehlen? Welche ist die beste Serie und welche auch nicht? Und darum habe ich mich dann wirklich ein ganzes Mal ein bisschen vorbereitet und habe mir einen Spickzettel geschrieben, was ich sonst wirklich nie mache. Ich arbeite nie mit Scripts oder irgendwas oder mit aufgeschriebenem Zeugs, aber ich habe so viele Serien geguckt und ich wette, ich habe mindestens auch hier zehn vergessen. Wenn ihr einen Tipp haben solltet, was eure Lieblingsserie in 2015 war, die ich unbedingt noch nachholen sollte, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ich werde auch heute noch keine Staffelung machen, sondern ich habe einfach vorhin mal so ein bisschen meinen Netflix- und Amazon Prime-Account durchgeswitcht, was ich geguckt habe und ich habe gedacht, das erzähle ich einfach mal ganz klein bisschen. Vielleicht nochmal eins vorweg, die Frage, ob man lieber Amazon Prime oder Netflix wählen sollte. Ich finde, bei Netflix ist das Serienangebot momentan besser. Entschuldigung für alle Amazon Prime-Freunde, wenn ihr jetzt sagt, das ist nicht so. Ich finde, bei Prime kann man eher mal einen Film gucken und bei Netflix eher mal eine Serie. Also das ist so mein sehr, sehr subjektiver Eindruck. Warum miauht die Katze hier rum? Ich hole die mal. Die verrückte Katze, die hier gerade rummiauht hat, hat hier mit einem Stück Styropor gespielt und ist vollkommen dabei ausgeflippt. Das ist so. So einfach ist das. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte ehrlich nicht damit gerechnet, dass die Katze mich hier so ablenken würde. Ich glaube, die werfe ich gleich mal raus. Die Frage, ob Netflix oder Amazon Prime. Zum jetzigen Zeitpunkt, total subjektiv, ohne das objektiv belegen zu können, würde ich am 31. Dezember 2015 eher Netflix nehmen. Weil ich dort mehr Serien geguckt habe, beziehungsweise mir dort das Serienangebot irgendwie besser gefallen hat. Das kann sich aber Mitte Januar oder Mitte Februar schon wieder komplett ändern. Wenn Amazon zum Beispiel wieder mit einer tollen Serie kommt, wie zuletzt Mr. Robot oder so, dann ärgert man sich natürlich, dass man dann vielleicht den falschen Anbieter hat. Das Problem stellt sich ja bei mir momentan nicht. Was ich allerdings wirklich sagen kann, ist dieses ganze Gelaber mit, oh, ich gucke keinen Fernsehen mehr, seitdem YouTube da ist. Das habe ich überhaupt nicht. Ich gucke nur halt kein normales Fernsehen mehr, obwohl ich Rundfunkgebühren bezahle. Oh mein Gott, hallo Jan Böhmermann. Und zwar, ich gucke kein freies, normales Fernsehen. Ich habe einen Satellitenreceiver angeschlossen und ich glaube, der verstaubt da irgendwie jämmerlich vor sich hin. Denn ich gucke wirklich, wenn ich dann Fernsehen gucke, dann nur Serien oder wirklich mal ganz gezielten Filmen oder irgendwie sowas. Also ich finde, dass diese Streaming-Plattformen die Sehgewohnheiten des Zuschauers doch enorm, enorm verändert haben. So ist es auf jeden Fall bei mir. Ich glaube, ich muss das heute irgendwie ein bisschen zusammencutten, jumpcutten-mäßig, damit ich keine Spoiler raushau und mich auch nicht zu lange fasse. Eine Serie, die ich momentan gucke, bei der ich mich aber noch nicht ganz so sicher bin, ob ich das wirklich bis zum Ende durchziehe, ist Person of Interest. Das wurde mir so ein bisschen ans Herz gelegt und tauchte auch immer mal wieder so bei so Hitlisten von unterschätzten Serien auf oder von Serien, die toll waren. Und ich muss gestehen, ich werde überhaupt nicht spoilern. Also ihr könnt ruhig das komplette Video gucken, ohne dass irgendwo was vorkommt. Bei Person of Interest wirkt mir die Serie aber so ein ganz klein bisschen, der Charakter ist mir ein bisschen zugeleckt. Der Typ ist zu smart, zu cool. Er gewinnt jeden Fight. Es passiert nicht wirklich was Unvorhersambares. Jetzt habe ich so 10, 12, 13 Folgen der ersten Staffel geguckt. Und so langsam kriegt die Story auch so ein bisschen so Zusammenhang. Am Anfang sind das wirklich so Episoden. Du kannst Episode für Episode gucken. Bisschen zu glatt, ein bisschen zu geleckt. Ich hoffe, da kommt man noch ein bisschen mehr tiefer rein, dass man wirklich so auf die nächste Folge fiebert, weil die Story irgendwie durchgehend ist. Bisher war es in sich sehr abgeschlossen und die Entwicklung des Hauptcharakters vom Penner, der in der O-Bahn sitzt, zum Superkiller dauert in etwa. Naja, so. Eine zweite Serie, die ich angefangen habe und auch nicht zu Ende geschaut habe, war Elementary. Das ist so eine Sherlock Holmes Serie mit Lucy Liu. So in so einer moderneren Version. Fand ich auch irgendwie okay. Hat mich aber nicht so richtig gehockt. Weiß ich nicht, soll ich das weitergucken oder nicht? Könntet ihr gerne mal kurz was zu sagen. Eine Serie, die ich glaube ich Anfang 2015 zu Ende geguckt habe, ist Dexter gewesen. Dexter habe ich halt 2014 eigentlich begonnen. Gibt es acht Staffeln von. Hat mir fast alles komplett sehr, sehr gut gefallen. Irgendwann kriegt es mal so eine Staffel 4, 5 so ein bisschen so einen logischen Hänger beziehungsweise man denkt so, naja. Aber es dreht dann aber richtig schön auf. Hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Überhaupt die Serie Dexter kann ich eigentlich jedem ans Herz legen, der sich so ein bisschen mit Serienmördern anfreunden kann. Extrem cool. Ich mag das auch, wenn der Charakter mit dem Zuschauer spricht. Das ist in Mr. Robot zum Beispiel ähnlich gewesen. Das finde ich, das hat bei mir immer einen sehr guten Sympathiebonus und hat mir einfach extrem gut gefallen. Deshalb Dexter finde ich so eine Serie, die sollte man schon gesehen haben. Ich lasse da mal so diese Standard-Serien wie Walking Dead und Games of Thrones weg. Denn ich denke, die hat jeder gesehen, sollte jeder gesehen haben, sollte jeder kennen. Breaking Bad und Co. Bei Walking Dead war es dieses Jahr so, dass mich die neue Staffel, die habe ich auf Sky geguckt, nicht mehr gepackt hat. Muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen. Vielleicht habe ich auch zu viel. Ich habe Walking Dead erst wirklich auch 2015 gesehen. Also nicht schon in den Vorjahren und dann auf die neue Staffel gewartet und gefiebert. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Zombies in zu kurzer Zeit gesehen. Die ersten Folgen, die ersten Staffeln, haben mich teilweise richtig gut am Ball gehalten. Da habe ich richtig gefesselt. Staffel 1 noch nicht, aber so 2, 3. Da war es so, da hat es mich. Und dann wollte man auch immer wissen, wie es weitergeht. Jetzt so mittlerweile könnte mal irgendwie, ich würde es nicht sagen, könnte mal was passieren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, reicht jetzt mal. Was absolut gar nicht reicht, war Fargo 1 und jetzt auch ganz brandneu Fargo 2. Sind beides mal Serien, die ich Fargo 1 habe ich an einem Tag geguckt. Also die erste Staffel von Fargo. Wirklich habe ich mich, ich glaube, das war nach so einem, ich will jetzt nicht sagen, nach so einem Besäufnis. Aber ich glaube, ich hatte am Vorabend was getrunken. Habe am nächsten Tag hier auf der Couch gelegen, habe gedacht so, oh mein Gott, du wolltest ja eigentlich noch Fargo gucken. Und dann habe ich wirklich irgendwie morgens angefangen und das Ding bis abends durchgeguckt. Fand ich großartig. Ja, war richtig großes Kino. Und das Tolle an so Serien ist einfach, dass es so ausführlich ist, dass es so lebt und nicht wie in so einem Kinofilm. Ich war in letzter Zeit mal in Spanner Kinofilm und das ist immer so, Kinofilm ist so zack, 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 vorbei. Und wenn du so eine Serie guckst wie Fargo, auch jetzt Fargo 2 gerade, ganz toll, absolut cineastisch, ja, absolut Kinolook, spring nicht hier rüber, Katze. Ich sehe dich. Entschuldigung, ich könnte die Katze nicht sehen. Die peilt hier so an, auf den Tisch zu springen, alles umzuschmeißen. Das ist halt irgendwie, dass so eine Geschichte viel, viel ausgereifter ist, viel mehr Leben hat. Ich empfinde das so ein bisschen, als würde man ein Buch lesen. Ich sage jetzt mal, wenn ihr so einen Originalroman gelesen habt und hinterher seht ihr den Kinofilm. Dann ist im Kinofilm noch so viel drin. Und bei der Serie hast du so das Gefühl, okay, die haben halt das ganze Buch genommen. Und das ist halt an Serien ganz einfach toll und das fand ich auch an Fargo toll, weil die Serie ist sehr ausgereift, sehr rund, hat... Ey, nicht an mein Stativ! Also beim nächsten Mal sperre ich die echt aus. Also nur dazu ganz kurz, Fargo Staffel 1 und Staffel 2 sind zwei unterschiedliche Handlungsstränge mit auch unterschiedlichen Charakteren. Ganz toll, absolut empfehlenswert, eins der Serien-Highlights 2015, wie ich fand. Weiter machen wir in der Liste. Ich habe mir das wirklich nicht chronologisch aufgeschrieben oder so, sondern einfach, wie das gerade so in meinem Kopf auftauchte. Und Jessica Jones habe ich zum Beispiel zuletzt auch noch gesehen. Ist eine Top-Superheldin, ist auch eine Serie, ist glaube ich eine Netflix-Original-Serie sogar, glaube ich. Genauso wie Daredevil. Und Jessica Jones hat mir auch richtig gut gefallen, weil sie so ein abgeranzter, abgewrackter Charakter ist. Sparische Schauspieler waren sehr gut. Und es hätte sich vielleicht nicht nur um einen extremen Gegenspieler drehen können, aber das war auch so eine Serie, die kann man so schön im Fluss gucken. Vielleicht jeden Tag drei, vier Folgen oder so an einem Abend anstatt einem Spielfilm. Und dann ist man damit leider auch schon fast zu schnell durch. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich mich auch über eine zweite Staffel freuen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dir sagen soll, ob das so männertypisch ist. Ich habe Orange is a New Black geguckt und das ist diese Knast-Serie, wo diese smarte Blondine auf einmal ihr schickes schwarzes Mini-Kleidchen und ihre Stöckelschuhe gegen das Gefängnis-Outfit tauschen muss. Und fand ich auch super, habe ich gar nicht mit so gerechnet. Also das war so, ich fand es halt amüsant, man wollte wissen, wie es weitergeht und so. Also ich finde, das ist eine Serie mit einem sehr hohen Niveau. Das wird mir vermutlich nicht ewig in Erinnerung bleiben. Das habe ich wirklich vorhin, ich habe mal einmal bei Netflix und bei Amazon so durchgeguckt und gedacht, was hast du zuletzt geguckt? Das wäre nichts gewesen, was ich sofort aufgeschrieben hätte, weil ich habe das geguckt vor einem halben Jahr oder irgendwie sowas. Insgesamt, aber so rückblickend, war das so eine sehr sympathische und sehr schöne Serie, die ich auch durchaus Männern ans Herz legen kann. War sympathisch, nett, lustig. Hauptcharakter nervt manchmal ein bisschen, sie könnte sich ein bisschen smarter anstellen oder so. Aber insgesamt fand ich auch gut. Ja, dann so eine Serie Arrow. Das ist dieser Bogenschütze, der von der Insel kommt. Auch irgendwie hervorragend produziert. Gar kein Ding. Hat mich im Endeffekt auch irgendwie nicht gefesselt. Habe ich zwar geguckt, muss ich sagen, war aber so eine Serie. Kennt ihr das? Ihr macht so einen Fernseher an, um zum Beispiel aufzuräumen. Oder ihr macht einen Fernseher an, um irgendwas anderes zu tun. Und so habe ich halt Arrow geguckt. Fand ich okay. War nicht schlecht. War gut produziert. Sah klasse aus. Helden-Sympathisch und so. Also für eine Superhelden-Story halt nicht so unglaubwürdig und sowas. Aber im Großen und Ganzen würde ich das auch zu so einer mittelmäßigen Serie einstufen. Jetzt so kein Must-See kann man machen, wenn einem langweilig ist. Better Call Saul fällt mir dann noch ein. Beziehungsweise steht einfach noch auf meiner Liste. Was heißt hier fällt mir dann noch ein? Better Call Saul steht noch auf meiner Liste als quasi als Spin-Off zu Breaking Bad. Und hat mir auch extrem gut gefallen. Auch wenn es mit Breaking Bad gar nichts zu tun hat. Aber ich mag halt diesen Charakter extrem. Und das werde ich mich auch auf jeden Fall auf die zweite Staffel freuen. Die hoffentlich bald schon kommt, oder? Ist das nicht so? Ist die nicht schon angekündigt? Wer das Datum für Better Call Saul 2 weiß, kann das jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Kann ich auch absolut empfehlen. Eine Serie, die Spaß macht, rund ist, wo man einen Charakter wieder trifft, den man aus Breaking Bad vielleicht lieben gelernt hat und so. Alles top. Könnt ihr mal ganz süß Miau machen für mehr Likes? Vollkommene Arbeitsverweigerung hier.